im Balkon gesehen zwei Personen außerhalb des Gebäudes wie vorher schon immer noch auf der Karte verzeichnet Tom Firebird hat sofort Funkstelle ich über den Funken von Bravo ein Mann nördlich von der Bank abgesetzt verstanden und südlich von diesem Mann ist feindliche Person die rennt weiter weg die erste Person ist auch weg Mirko, ich merke mir den Koala 3PO und schreibe ihn nachher nochmal an, okay? Ja Diese Person läuft jetzt auf dich zu wer auch immer da unten abgelassen wurde vom Helikopter Pass auf Siehst du sie? Nochmal Nachfrage, von wo, von wo kommt der? Direkt aus, äh, unten Süden Vom, von der Bank sozusagen Der läuft jetzt an dir schräg vorbei direkt vor dir jetzt eigentlich Ab ein So, Herr André, es sind jetzt vorläufig festgenommen Sie bleiben jetzt so lange hier stehen, bis der Einsatz vorbei ist Ja gut, alles klar Mach ich's nachher Ja Und bis jetzt auf der Bank Die Information, eine Person wurde gefesselt von mir, hab ich auch 8 Mille WTF Ja, jetzt hab ich kein Geld mehr dann Okay, 8,7 Millionen, wir müssen Geld Achtung, drei Personen, vier Personen, Tom, bei dir Achtung, drei Personen auf dich zu Zwei weitere Äh Alex, Alex bereit machen, um den Helikopter auszuschalten Mit EMP Ich kann gar nichts Äh, ich sitze hier mit Loki im Flugzeug Loki ist tot Ich kann Helikopter nicht steuern Und das ist ein Hellcat Die sind ins Wasser, die sind ins Wasser, die sind ins Wasser Nein, die stehen noch um die Bank rum Um der Bank rum, die umzingeln Tom Pass auf Da sind gerade zwei Leute ins Wasser gegangen Ich hab sie gesichtet Da sind zwei ins Wasser gegangen Tom, die haben drei Und ich bestätige jetzt zwei Personen ins Wasser, flüchtig Es sind jetzt vier Personen bei dir Pass auf, rechts von dir, rechts von dir, pass auf Squad Charlie wurde überrascht Wir sind in den Hinterhalt geraten, sind beide tot Okay, hab einen Einer ist tot, Tony Ja, was machen die jetzt noch? Die müssen die Flüchtlinge erwischen Ich sehe jetzt hier drei auf der Insel noch Raven, sobald du kannst, töte sie Die stehen jetzt in so einem A3-Eck, äh, neben der Bank Ich hab sie auch noch mal auf der Map markiert Die Dreiecke sind mean Nein, ich bin im Helikopter Das sind Personen, die da laufen Ich mein, die stehen wie in so einem Dreieckart Okay, eine Sniper ausgeschaltet Zwei Personen haben Metallschuppen Ja, ich hab eine Sniper ausgeschaltet Die auf der anderen Seite der Insel war Die müssen sich einfach nur die Map angucken Kann man gerade einer zu bekommen, der im Helikopter ist Der die Geisel hier, die ich habe Einsammelt Wird gemacht, wird gemacht Er ist auch ganz friedlich, der ist gerade essen In real life Einfach nur mitnehmen Damit der halt in Gewahrsam ist Und, äh, Leon, der Sniper-Schütze Der war da hinten auf dem Industrie-Ding Äh, den hab ich da vom Dach untergeholt Der hat uns nämlich auch der ganze beschossen Okay, ist drin, go, go, go Okay, ich werde versuchen, die Bank zu stürmen Zu Fuß Ich werde versuchen, um mit der Brücke zu laufen Alex, versuch mal mit dem, mit dem EMP Ihren Helikopter auszuschalten Geht das irgendwie? Ich hab immer noch kein EMP Wir sind in einem Hellcat Und ich kann den nicht steuern Okay, sorry, ich dachte, ihr seid mit Hummingbird Luke, ich glaub, wir können jetzt Achtet mal bitte auf die drei Äh, Raven Achtet mal bitte auf die drei, die ins Wasser gegangen sind Oder auf die zwei Das sind die zwei, die ich nämlich gesehen habe Die sind immer noch flüchtig Die hab ich eben noch im Wasser gesehen Die sind immer noch im Wasser Achte mal auf die Wenn du kannst, gib ihnen einen Headshot Das geht Sobald die nicht unter Wasser sind Kannst du die mit dem Headshot killen Äh, wo genau sind denn die im Wasser? In welche Richtung schwimmen die? Die waren da in der Richtung Der Hummingbird ist auf der Flucht Der Hummingbird ist auf der Flucht Soll ich den verfolgen? Welcher Hummingbird? Wo? Statt, ähm Wo? Wir haben eine Position Mit Horst Lutzka Ist auf der Flucht, ja Flucht gibt es noch da? Richtung Welt Ja, ja, ich bin auch da Ich würde sagen, wir können jetzt reconnecten Weil da ist nix mehr jetzt, was wir machen können Ich sehe auch fast nix mehr Und ich war ja praktisch auch nicht tot Also kann hier denn irgendeine New Life Regel auch nicht gelten Ja, ja, stimmt eigentlich Ich war ja noch voll am Leben Ja, ich bin ja auch nicht tot gewesen eigentlich Das ist komischer Bug, also echt Sind das die nicht wegkommen Weil das sind hundertprozentig die Leute, die das Geld haben Wo sollen wir spawnen? So Okay, ich bin gleich am Bankgelände Dann werde ich versuchen, die zwei aus dem Wasser zu schießen Raven, was machst du? Okay, ich werde beschaffen, ich werde beschaffen, ich werde beschaffen Das hört sich an wie vom HQ aus ungefähr Ja Wo bist du? Du musst erst denken, das Spiel neu ein Ja, bestätige dich Kontakt Ich warte hier Dich Kontakt, wir haben Unterstützung bekommen Ja, aber du hast dich 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 Zehn Minuten abgeschossen worden, oder? Ja Und ich gar nicht, also von daher Zehn Minuten noch Kommt dann nach Nach retten Achne, fangt versiedlung Ja, hab einen Ich fliege jetzt mal zu einem anderen Helikopter, ne? Bei mir, wo sind die, glaube ich Hab einen Welches Squad sind wir eigentlich nochmal? Einfach Unser Schütze Raven hat nur noch ein Magazin Ja, ich bin neben Raven Raven, red mal mit mir, was hast du für eine Waffe? Ähm Okay, das ist bad Ich hab nämlich eine Linux Ähm Hier Ist, äh Alex, Alex, Alex Zieh mal zurück Komm mal zurück Scheißer Flug Hier, komm zurück, komm zurück Verfolge die drei, die ins Wasser gegangen sind Dreh nicht weg Verfolge die Das sind hundertprozentig die, die das Geld haben Die sind immer noch da Die schwimmen Richtung, äh Sharkier Da wo diese, diese Kirsche ist Ja, ich gucke gleich mal Ja, dann gehst du, dann steigst du bitte aus deinem Heli raus Und sobald du kannst, wirst du sie tasern oder erschießen Egal, was ist Äh, wo ist Sharkier? Raven, halt dich zurück Wo ist Sharkier? Sharkier ist oberhalb der, äh Äh, ich markier's dir Mach mal Kartenkunde, Junge Ja, ich wüsste, ich war da noch nie In meiner Nähe wurde Feuermodus gewechselt Ja Luke, ich habe nicht Kontakt hinter dem Gebäude Verstanden Ja, ich habe noch zwei Minuten Ja, bleib weg Raven, welches Gebäude? Genau vor mir Ja, mit dieser, mit der Leine Mit dieser Stahlhütte? Ja Ja Ja, okay Ja, okay, okay Let's rock this bitch Nähe mich den Kontakt Ich bin jetzt hier an, äh, Sharkieras Küste hier Aber da ist irgendwo Ich sehe nix hier, also Äh, Alex, verkämmt dich in dem Gebäude gegenüber vom ATM in Sharkier Guck, dass du genaue Sicht auf den ATM hast Sobald da jemand ankommt Einfach über den Haufen Okay Raven, wo genau? Ich sehe den Kontakt nicht Der ist hier bei der Mauer, bei der Mauer Rechts von mir Ja, bei mir ist er Ich lieg's Bei mir, der ist hinter mir In Richtung Wasser Hinter mir ist er Hinter mir ist er Oh Bravo, Melchior Helikopter ist abgestürzt Welcher? Der flüchtende Helikopter mit Du hast losgekommen Hinter dir, Miko Okay Der ist abgestürzt Tom und ich check in die Abschlussstelle Ich seh nix, Alter Hier ist keiner What the fuck? Hier, hier bei mir Hinter dir Hier, vor dir Hinter mir Hinter mir Neben mir, mein Ich, neben mir Da ist bei mir nix Lass mich nicht steigen, mach das Ding auf Er liegt am Boden Er liegt am Boden Mach das Ding auf Oh my god Ich seh nix Mach die Kiste auf, du Idiot Ich seh nix Mach zu Ich seh keinen Hier ist bei mir keiner Comedy pur Bei mir ist da keiner, Loki Wer ist das denn? Da, vor mir Da, vor mir What the fuck? Da ist doch keiner Die haben das Geld aufgeteilt 220.000 gesichert 300.000 gesichert Alter, Loki Hier ist auch bei mir echt keiner Ich seh nix Ist hier immer noch irgendwo einer oder was? Nein, nein Alter, ich hab den nicht gesehen Der ist genau hinter dir gelaufen Wer, wie, wie hieß der denn? Drei Meter Drei Meter hinter dir Ja, wie hieß der denn? Weiß ich nicht mehr Weiß ich nicht mehr Ähm, Medic Bist du? Komm, komm Ja, komm, wir müssen uns das mal beeilen hier Loki, starker Nein, ich, ich hol jetzt den Raven Ich hol den Raven Ich hol den Raven Alter, wir müssen gucken, dass wir da hinten so Alex, komm, ey Bewegt euch Ja, dann fahrt Ja, dann fahrt Alex Ja Reben, das geht nicht mehr Reben, das geht nicht mehr Nicht in Shakir Unter Shakir Da ist so ne Kirche Ja Da hin Ich dachte, ich sollte den ATM behalten Nein, du solltest den Auge behalten Das hab ich ihm so gesagt Ich hab auch niemanden gesehen, der da irgendwo rumrennt Die können 30 Minuten lang nicht auf den ATM zugreifen nach einem Überfall Also zur Kirche Oder 10 oder so, keine Ahnung Wohin soll ich? Ja, heb ab, komm zu meiner Position Reconnecten, Raven Reconnecten, Raven Alles für den Arsch Also ich heb gleich ab und komm dann zu euch wieder Ja, zu meiner Position her Oder hol mal Loki ab Okay Wie schnell sind Passanten im Wasser Schneller wie 10 kmh Ungefähr 7 kmh Okay, gut, dann müsste ich hier eingeholt kriegen Heißte, heißte, heißte Das Ryder kann nicht tauchen, ne? Nein, Frau Lecker, nicht tauchen Schade Alex, wo bist du ungefähr? Gleich bei dir 800 Meter 1 2 2 3 4 4 5 6 10 10 11 12 15 12 13 13 12 15 15 15 15 15 16 18 15 16 die zwei leute plus ein hummingbird doch hier sind zwei leute und ein hummingbird und Leon nähert sich mit dem hummingbird Alex, Unterstützung ja, wir sind schon unterwegs, vielleicht auch kann ich den B einsetzen? bestätigt, sofort ich gehe im PN-Satz runter, runter, runter Alex ok, ich habe gerade mal geguckt, voll unrollplay und sowas der Konrad, der hat die ganze Kohle, das ist 8,7 Millionen der hat alles noch auf der Hand, der Konrad ist das Konrad ist derjenige, der die Kohle hat Loki, sofort, jetzt also die haben die Kohle nicht aufgeteilt die haben die Kohle nicht aufgeteilt Andreas wird gebannt, der Gefangene hat sich gerade abgeseilt, mitten im Flug lass mich hier raus, hier raus ok, er ist tot ähm, ich glaube Heli ist abgestürzt gerade ja, ist abgestürzt ja, ist abgestürzt geil äh, Mirko, weißt du, wo der rausgesprungen ist? ja, ich habe ihn wieder gut, dann red mal ein Wörstchen mit ihm ja, ihm tut's leid und so, ne total ich würde sagen, wir haben dich schon mal vorgewarnt, den ganzen Clan, also ja, ist meiner ähm, nur so zur Information und Konrad und sowas ist immer noch im Wasser ich komme, ich komme lass den hier, Lili wo ist Konrad, wo ist Konrad einfach abfackeln lassen, oder? ähm, ungefähr 300 Meter von meiner Position, ich markiere äh, sollen wir die auch schießen, oder? ja, sofort Raven mach, äh, Alt-S4, man kann nicht, äh, man kann ihm nicht helfen äh, Loki ja, ich habe jetzt den Heli, steck bei Ihnen an bitte äh, könnt ihr mich kurz so mitnehmen, Loki ist schon los Tom anderer Heli okay, da kommt ein zweiter Harmingbird, das ist Toni da kommt ein zweiter Harmingbird, das ist Toni er fliegt in Richtung der Unfallstelle er fliegt in Richtung Unfallstelle er kommt zu euch haben wir Schuss? den müsstet den müsstet ihr jetzt sehen, Schussfreigabe, sofort Toni ist da drinnen geschossen, geht geschossen er 课 Terre äh 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 ó Und wie sieht's aus? Habt ihr so da im Wasser? Sehe nichts Sehe nichts Negativ sollen wir den Hummingbird verfolgen oder nicht? Ja, äh Tom, verfolge den Hummingbird Loki, bleib mal hier in meiner Nähe, bitte Verstanden, verstanden Verfolge den Hummingbird